Ja, du bist echt stout. Ja, ich freue mich total drauf. Ich habe es nur einmal kurz angezockt um die Ludendorff-Lov-Yenten vor neun Jahren. Also, dann sieht man nach einem Banküberfall aus. Das Radar zeigt dir, wo du dich in der Stierfeld befindest. Juhu, du gibst dich zur Wache. Kommt, Nester, wir geben dir alles, was du willst. Ich habe es nicht mehr gedacht. Ich werde es tun, ich werde es tun. Okay. So. Jetzt die Geisen bedrohen. Damit die keinen Scheiß machen. Ja, genau. Ich freue mich schon drauf. Sprengstoff zünden, okay. Zünden. Boom. Jawoll. So läuft das. Banküberfall. Okay. Okay. We can do this. Huh? Haha. Show me the money. Slow and steady, Tee. Slow and steady. That's the score. There's enough gear for us all to enjoy. Depends on how you look at it. Nö. Haha. Allerdings. Jo. Wir müssen los. Oh shit. Das ist eben das geile. An GTA 5. Man kann den Charakter wechseln. Oh doch mal. Nice. Ähm. Gibt sich ein Tickle. Ja. Ja klar. Die Spielverderber. Was ist das? Ja klar. Die Spielverderber. Komm. Ja klar. Oh ja. Ja zeker idiot. Wow. Verdammt. Ich wollte nach vorne gehen. Einer ist noch da. Jetzt nicht mehr. Jo, falscher Beruf. Geh, komm! Geh, wir kommen durch! Geh, die Leute! Geh, die Leute! Ja, Mann. Darum liebe ich GTA so. Weil es gleich von Anfang an Action gibt. Geh, die Leute! Los geht's! Weiter! Komm, komm, komm! Ja, nie auf! Oh, jetzt aber weg hier. Okay. Geh! 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 Hm? Was war's mit dem? Bumm, kaputt. Jo, ich darf fahren. Cool. Ah. Traktor. Bumm. Verdammt. Das war's. Das Auto ist hier. Das war's. Ich habe dich zu rüchern. Oh shit! Oh shit! I'm gonna get out of here! I'm gonna leave you Mikey! Gott, I'm not gonna be... I'm fucking gonna bleed out! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Ich ziel gar nicht! Oh man! Fail! Nachladen! Shit! Ich hasse Nachladen! Ja, wo kommt ihr denn her? Ist hier irgendwo ein Nest oder was? Volle Action hier, ey! Voll Gas! Oh shit, ey! Komm mal mehr, ey! Das kannst du ja gar nicht mehr packen! Mit größeren Waffen vielleicht! Mit besseren! Und weg! Wo läuft denn hin? Nein! 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 He did not die a hero's death. But he was a man! Our Lord Was crucified with two thieves. So perhaps We should not judge. We are born of sin. And we die in sin. And in this, Like now. Like anybody else. Father. We do not know your infinite mysteries. Aber wir wissen, dass du Gott zu unseren Freundinnen zeigst. So sieht's aus. Grand Theft Auto V. Jawoll! Your son, James. He's a good kid? Na klar. A good kid? Yeah. Why? Does he help the poor? No. He sits on his ass all day. Smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard of goodness, no wonder this country screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed things. I ran whores, smuggled dope. And you consider them achievements. These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here! The end of the road. With a big house and a useless kid. And I'm stuck talking to you because no one else gives a shit! Oh, I'm living a dream, baby! And that dream is fucked! It is fucking fucked! Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. I guess. Oh. I gotta tell you. I ain't too sure this shit is working for me. A sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Yeah, man. Ja, man. Ich würde es jetzt einfach mal so wirken, diese wunderschöne Strandpromenade. Schöne Aussichten. So, da bin ich wieder. Ja, aus technischen, persönlichen Gründen mit meiner Frau bin ich jetzt wieder da. Nein, also kurzer Rückblick. Wir waren gerade bei einem Banküberfall live dabei. Ich mach mal her. Und ja, also ich muss sagen, die ersten paar Spielminuten von GTA 5 gefallen mir. Und ja, es ist jetzt so, ich spiele GTA 5, ich hab jetzt damit neu angefangen. In dem alten Spielstand davor war ich bei, das letzte, woran ich mich erinnern kann, war dieser Überfall auf dem Juwelier. Und dann hatte ich irgendwann gar keine Zeit mehr zu zocken. Und jetzt hab ich mal wieder Zeit und kann mal GTA 5 in Ruhe wieder spielen, zocken, wie auch immer. Und ich freue mich drauf, weil ich möchte die Story komplett bis zum Ende spielen. Und ja, mal gucken. Vielleicht auch 100%. Mal gucken. Fehler eines der Autos. Nimm mal das Weiße, weil das Weiße gefällt mir besonders gut. Und ja. Bin schon wieder ganz heiß drauf, das Spiel zu zocken, ey. Ja man. Ja man. So. Mach jetzt Musik aus. Oh, aber knapp. Ja man. Schon gedriftet. Aua. Aua. Franklins Fähigkeit. Die ist besonders gut. Damit kann man die Zeit ein bisschen verzögern. Und dadurch kann man Kurven bei voller Geschwindigkeit nehmen. Oder Hindernisse ausweichen, vorausgesetzt man reagiert rechtzeitig. Ja. Autofahren. Voll cool. Kommen Sie mich. Richtig schön durch die Kurven. Wow. Jetzt hab ich's vergessen. Ab durchs Filmstudio. Ups. Also ich hab jetzt für die Testaufnahme ja mal ein Spiel gestartet. Aber ich starte es jetzt nochmal neu, dass man auch alles komplett wieder sieht. Ach ja. Jetzt reicht's mir wieder mit neu starten. Juhu. 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 Echt wieder sam&se. Beteur 1919. Juhu! Oha! Ups! Ich bin zwar im Bus ausgewichen aber hab den Motorradfahrer mitgenommen und ich hab wieder einen Pfosten mit, das gibt's ja nicht Ich muss erstmal wieder reinkommen hier Alter, ich war so schlecht Ups! Also Lamar ist nicht grad der schnellste Halt die Klappe, Nigga Tut mir leid, ich bin grad voll aufgekratzt Oh, Bullen abhängen Hau doch mal ab! Spasti Entschuldigung Oh nee, da vorne kommen ja auch welche Mist Das ist nicht so klappt wie ich's möchte Ich versuche jetzt erstmal die Bullen hier abzuhängen Entschuldigung Korrekt gesagt die Polizei Oh nee Ah Mist, der hat mich schon Ist doch kacka Ist doch nicht Ah, aber nicht so Oh Mann So So Ah, hier gibt's noch eine Woah, 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 wie soll ich hier? Boah! Oh! Oh! Nee, da kommt schon wieder welche. Schnell weg! Muaah! Das ist doch Kacka! Oh ja, Faufenberg! Meine Güte! Na sag mal, werde ich die auch mal los? Das ist voll unfair. Die sind an jeder Ecke. Oh Mann! Ich fahr grad grottenschlecht. Das Auto ist schon kaputt und nichts mehr wert. Bitte? Ah! Entschuldigung, war keine Absicht. Nur ein bisschen angerempelt. Die sind immer noch... Ja... Also manchmal ist es richtig schwer, sich aufs Spiel zu konzentrieren und zu quatschen. Aber jetzt haben wir es geschafft. Jetzt bring ich das Auto zurück. Jaaa! Bringen wir das Auto weg. Das Autoholz. Das Autoholz. Das Autoholz.